Und bei uns setzt sich der Regen durch. Morgen wird es fast schon überall ziemlich fies. Die Aussichten dann gleich noch und morgen ist Ilka Essmüller hier. Gute Nacht, bis dann. Alle vier Sekunden passiert in Deutschland ein Unfall. Die neue Ergo-Unfallversicherung hilft mit ausgezeichneten Leistungen. Jetzt bei Ihrem Ergo-Berater vor Ort oder unter ergo.de. Nichts ahnend sitzen Sie im Publikum und erleben dann die Überraschung Ihres Lebens. Unglaublich. Wer wird Millionär? Das große Danke-Special. Montag, 20.15 Uhr. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wie, soll ich jetzt auch noch die Patronen selber bestellen oder was? Danke, das macht der Drucker schon selbst. Ja klar, echt jetzt? Instant Ink von HP. Ihr Tintenpatron-Lieferservice, bei dem Ihr Drucker rechtzeitig Tintenpatronen nachbestellt. Instant Ink. Drucken schlau gemacht. Ja dann, Feierabend! Kleine Oreos, große Freude. Oreo Crunchies, hol sie dir jetzt! Marke bei Aldi? Kann Frühstück, Heißhunger und einfach glücklich machen. Kann viel, kostet wenig. Und diese Woche noch günstiger. Müller-Joghurt mit der Ecke für 25 Cent oder Iglo-Fischstäbchen für 1,99 Euro. Deine ganze Markenauswahl. Natürlich zum Original-Aldi-Preis. Ist morgen Weltuntergang oder warum kaufen alle wie verrückt Müller-Milch? Weil es muhende Flaschen gibt. Und für jede gibt es 50.000 Euro. Kann ich den Sack nochmal haben? Ja gerne. Finde eine der 5 muhenden Müller-Milchflaschen und kassiere je 50.000 Euro. Das geht an alle Ausreißer, Maßgeber und Durchschläger. An alle Wegweiser, Vorantreiber und Aufsteiger. An die, die jeden Tag alles geben. Albatross. Made to protect. Schülerhilfe. Beste Noten mit der Nummer 1. Wochenkurs für 39 Euro. Oder gratis. Jetzt buchen. Mehr Infos auf schülerhilfe.de. Was ist das denn? Ein Ferrero Rocher-Eis. Der Geschmack von Ferrero Rocher trifft auf Haselnuss-Eis und wird zu Ferrero Rocher-Eis. Für einen einzigartigen Genuss. Von Ferrero. Okay gut, ich schicke es bis heute Abend durch. Ja, das wäre toll. Ein schweres Auswerbsspiel steht dem BVB verfolgen. Oh, die Koder. Die Maria, die Maria mit der Tor. Papa, schau dir das an. Alles einfach auf Sky. Tschüss, Miete. Hallo Eigenheim. Mit der Erfahrung der Heimatexperten von Schwäbisch Hall. Mit Fleisch kennen wir uns bei der Rügenwalder Mühle aus. Schließlich machen wir seit vielen Generationen Wurst daraus. Heute stellen wir Wurst und Fleisch auch aus Pflanzen her. Und das so lecker, wie du es von uns kennst. Rügenwalder Mühle. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die den Unterschied machen. Dein Senseo-Café in biologisch abbaubaren Pads ist nachhaltig angebaut. Mehr Genuss für dich und eine kleine Geste für die Umwelt. Senseo-Café-Genuss mit Liebe zur Umwelt. Das ist Kim. Kims Bank ist ganz gut. Aber Kim findet? Das geht besser. Darum ist das DKB-Konto kostenlos. Visa-Karte auch. Gutes tut's automatisch. Energiewende, Wohnraum schaffen. Na, wie findest du das? Auf DKB.de? Genau. Wechsel zum Geldverbesserer. Wechsel zur DKB. Das kann Bank. Und Omi? Das klingt gut. Game-Designerin. Cool, oder? Und was verdienst du dann? Guck mal. Oh. Finde den richtigen Job mit dem richtigen Gehalt. Ha. Ist ordentlich, ne? Und was verdienen Omis? Jetzt Gehalt checken auf StepStone. Jobs sind unser Job. Unsere besonderen Stückchen. Zart schmelzende Schokolade mit ausgewählten Zutaten. Und unwiderstehlichen Füllungen. Gönn dir Schokettengold. Tief in diesem Bienenstock verbirgt sich ein kostbarer Schatz, um das Haar zu reparieren. Wahre Schätze Honigtiefenpflegemaske von Garnier. Nährende Akazienhonig und stärkendes Bienenwachs wirken wie ein reparierender Komplex und beugen Haarbruch vor. Das Haar ist sofort bis in die Spitzen repariert und weniger brüchig denn je. Wahre Schätze Honigschätze. Natürlich von Garnier. Whether I'm right or whether I'm wrong. Whether I find a place in this world or never belong. I gotta be me. I gotta be me. What else can I be but what I am. Sichert euch das neue faltbare Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Schon auf einem Euro. Und erlebt T5G. Das größte und beste 5G-Netz. Das größte und beste zu sein. Die Reeperbahn auf St. Pauli. 30 Millionen Menschen kommen jedes Jahr hierher. Und ich suche hier meine Mutter. Auf der Suche nach seiner Vergangenheit ist niemand das, was er schafft. Du bist nicht meine Cousine. Wir brauchen deine Hilfe. Jede Familie hat ihre eigenen Geheimnisse. Nihat. Alles auf Anfang. Am 22. und 23. September. Zusammen gehen wir auf eine Reise. Zusammen werden wir bunter als jemals zuvor. Ab 15. September. Bevor sich der Spätsommer verabschiedet, hieß es am Dienstag nochmal raus ins Freie und das schöne Wetter genießen. So wie hier in Düsseldorf bekamen wir zur Sonne oft sogar badetaugliche Temperaturen um 25 Grad. Erst zum Abend rückten die ersten Gewitter näher. Und die breiten sich in den nächsten Stunden auf die gesamte Westhälfte aus. Örtlich kann es kräftig schütten bei schwülwarmen 18 bis 15 Grad. Von der Ostsee bis zum Alpenrand verläuft die Nacht trocken bei kühlen 14 bis 11 Grad. Trüb, nass und teils gewittrig beginnt für die meisten bereits der Mittwoch. Nur im Osten und Südosten zeigt sich die Sonne am Vormittag noch häufiger. Später kommen die Gewitter hier ebenfalls an. Teilweise muss mit Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden. Am längsten trocken bleibt es rund um Niederbayern. Dazu erreichen die Temperaturen sehr schwüle 18 bis 26 Grad. Zum Donnerstag verlagert sich der Gewitterschwerpunkt weiter in Richtung Schwarzwald, Alpen und Erzgebirge. Nördlich der Mittelgebirge setzt sich die Sonne wieder besser durch. Der Freitag wird für die meisten recht freundlich mit nur noch wenigen Schauern. Wie Spätsommer fühlt sich das dann allerdings nicht mehr an. Es wird nämlich insgesamt recht kühl. Die Temperaturen schaffen kaum noch mehr als 16 bis 23 Grad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017